Hallo und herzlich willkommen bei VeganFeeling und wir sind wieder da mit einem Rezeptvideo, denn es gibt nicht so oft Rezeptvideos in letzter Zeit bei uns auf dem Kanal. Das muss man ändern. Ja, deswegen haben wir gedacht, los, jetzt hauen wir wieder eins raus, Batsch. Und das haben wir auch tatsächlich eins, nämlich ein richtig geiles Pizzavideo. Ja, jetzt würde man vielleicht sagen, ja, Pizza, das käme zu Genüge, aber es ist glutenfrei. Es ist nicht gebacken, die Pizza wird nicht gebacken, aber schmeckt richtig hammerlecker und ist alles frisch gemacht. Die Tomatensauce wird frisch gemacht, der Teig wird richtig frisch gemacht, relativ schnell, werden wir euch jetzt alle zeigen. Und wir sind sehr gespannt, weil wir essen super gerne. Ich wollte noch kurz sagen, weil es ist einfach ein Rezept, das verschiedene Einzelteile hat, dadurch wird es ein bisschen aufwendiger. Aber ihr könnt euch einfach auch Einzelteile rausnehmen. Oder zum Beispiel, der Boden ist nämlich Arepa-Teig, das wird in Venezuela, Kolumbien und so gemacht. Also aus Maismehl, einfach nur das Essen mit Guacamole ist schon so genial. Und das ist etwas, das schnell geht, was man im Alltag macht und was Kinder vor allem richtig, richtig lieben. Und dann haben wir auch gedacht, dass einfach, der Dallis macht einfach die leckersten Tomatensauce, mit frischen Tomaten, dass wir euch das einfach auch noch mitgeben. Und dann auch noch richtig lecker angebratenes Gemüse. Genau, das haben so viele gefragt, bei Instagram hatte ich das letztens kurz gepostet. Da haben so viele gefragt, wie ich die Tomatensauce mache. Heute zeigen wir es euch. Also alles in einem. Pizza, Tomatensauce und das Gemüse, wie wir das natürlich zubereiten. Soll ja auch gut schmecken. Also das Gemüse soll richtig hammer lecker schmecken. Also nicht so irgendwie, äh, Pizza, ja gut, Boden. Und jetzt geht es los mit dem Maisbodenteig. Das ist das Wichtigste. Probiert es unbedingt aus. So, hier seht ihr eine schöne Schüssel mit 300 Gramm Milch steht ja da. Und dann macht ihr noch ein bisschen Wasser dazu. Und Salz habt ihr auch gesehen. Der Salz ist da, ähm, von Vorteil ein Teelöffel, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann nach Bedarf immer Wasser dazugeben. Das seht ihr, bis ihr dann so einen schönen weichen Teig habt und dann was formen könnt. Das machen wir natürlich jetzt auch gleich, den Teig richtig schön formen. Und dann, wenn ihr eine Pizza machen wollt, eine große Pizza natürlich, dann macht ihr genau wie eure Pfanne so groß den Teig da rein. Dann macht ihr noch ein bisschen glatt und macht es so, wie ihr das möchtet, dass es quasi eine schöne Pizza wird. Ihr könnt auch kleine Pizzis machen. Das ist natürlich auch möglich. Wenn dann an der Pfanne, seht ihr, wenn er sich dann dreht und bewegen lässt, ähm, dann ist er unten ungefähr schon fertig und dann dreht er das einmal um. Wenn ihr das so könnt wie ich, dann macht ihr das so. Ansonsten kann man das auch anders umdrehen. So, ihr merkt dann schon, das wird sehr fest. Das habe ich euch hier jetzt gezeigt. Und dann, wenn es fertig ist, können wir dies direkt auf den Teller geben. Zack. Nach diesem Bitterteig machen wir also jetzt eine Tomatensauce. Bei einer Tomatensauce ist es relativ wichtig, dass ihr richtig reife Tomaten habt. Die erkennt ihr daran, dass sie richtig rot sind und dass sie ganz leicht abzuziehen sind. Achtet wirklich immer darauf, reife Sachen zu kaufen. Nicht nur bei den Tomaten. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass was Süßes reinkommt. Hier Datteln und, äh, Zwiebeln. Achtung, bei den Zwiebeln ist es so, die dürfen auf keinen Fall roh in die Soße rein. Also, dass wenn ihr sie mixt, die müssen angebraten sein, so richtig schön schmackhaft, schön braun, sodass ein richtig schöner Zwiebelgeruch entsteht. Das muss gemacht werden und dann kommt es in die Tomatensauce rein. Aber das seht ihr jetzt alles gleich. So, da kommen wir zur Tomatensauce. Die Tomatensauce mag ich am liebsten frisch. Richtig schöne, frische Tomaten. Am besten reif, mit Wasser aufkochen. Fertig. Dazu brauchen wir für die Tomatensauce natürlich auch Knoblauch, Zwiebeln. Das Ganze braten wir mit Kokosfett an. Ich benutze sehr gerne Kokosfett in der Küche. Halbe Zwiebel ungefähr aufbraten. Okay. Dann werden die Tomaten kochen. Dann, wenn ihr einen leistungsstarken Mixer habt, dann müsst ihr die Schale nicht abmachen von den Tomaten, sondern einfach direkt rein damit in den Mixer. Der macht das super klein. Dann brauchen wir für die Tomatensauce Datteln, habt ihr gerade gesehen. Die Zwiebeln, die gebratenen, nicht alle. Ein paar machen wir noch auf die Kizza drauf. Salz kommt rein, klar. Hier seht ihr alles Oregano. Bei so einer Tomatensauce ist es immer ganz wichtig, dass viele Elemente mit dabei sind, die zusammen harmonieren. Also nicht zu viel von einem, sondern schön zusammen harmonieren. Ich zeige euch jetzt, wie wir mit den kanarischen Avocados aus dem Garten richtig, richtig lecker eine Guacamole machen mit ganz wenigen Zutaten. Und die kann dieser Pizza als Käseersatz dienen. So einfach geht's. So, jetzt sind wir bei der Guacamole angelangt. Da brauchen wir natürlich Avocados, klar. Wir nehmen jetzt mal hier eine reife Avocado, eine sehr reife. Am besten merkt ihr das, wenn ihr oben mal drauf drückt und die nachgibt. Dann mache ich sie schön klein, also am liebsten mit der Gabel. Und dann merkt ihr dann schon auch, dass es wie Butter. Das ist wirklich schön klein. Und dann kommt einfach Salz dran, Zitronensaft. Und dann habt ihr schon eine super leckere Creme. Und die ist sehr, sehr zu empfehlen. Und so, und jetzt geht's eigentlich nur noch um die Pizza richtig lecker zu belegen. Das könnt ihr natürlich nach Lust und Laune selber machen. Wir schlagen euch heute ein bisschen was vor, wie wir es machen wollen, damit wir auch schmackhaften Belag haben. Da legen wir zum Beispiel Zucchini drauf. Da würde der eine oder andere denken, vielleicht, Zucchini ist mir ein bisschen zu lasch. Wir braten so richtig gut an, zeigen wir gleich. Und wir machen Mais drauf, Zwiebeln und Pilze. Und Pilze, die machen wir auch richtig hammerlecker. Guckt auf jeden Fall mit drauf, wie ich sie mache. Das ist ja sehr, sehr wichtig, weil viele sagen ja, wieso brät der Pilze so an? Schmeckt echt so, so gut. Also alle einzelnen Teile schmecken genial, aber auch alles zusammen. Probiert es genau so aus. Los geht's. Und jetzt kommen wir zum besten Teil der Pizza, nämlich der Belag. Den können wir uns selber aussuchen. Und da haben wir jetzt Zwiebeln natürlich klein geschnitten, Zucchini klein geschnitten. Das seht ihr hier in Scheiben. Und eine Zwiebel mache ich noch mit drauf, auch klein schneiden. Die haben wir schon mit angebraten. Und Mais. Ich mag super gerne Mais auf der Pizza mit drauf. Das machen wir mit rein. Wir tun natürlich wieder alles anbraten mit Kokosfett. Das sind die Zucchini-Scheiben. Die werden von beiden Seiten wunderschön und schön braun, seht ihr ja auch hier, angebraten. Und werden abgelöscht mit Sojasauce. Und das ist super wichtig, weil nämlich die Sojasauce saugt sich in die Zucchini rein und dann schmecken diese Kühne richtig, richtig lecker. Also, noch ein bisschen anbraten, dass das schön rein saugt und dann schon mal zur Seite legen. Dann braucht man natürlich die Pilze auch anbraten. Und da ist es wichtig, dass ihr die mit Salz anbratet. Und dadurch lassen die Wasser und kriegen mehr Geschmack und dann mit Zitrone ablöscht. Die Zitrone wird sich in die Pilze reinsorgen und einen genialen Geschmack erzeugt. Jetzt sind wir schon bei der Tomatensoße angelangt. Und ihr könnt jetzt nach Herzenslust erleben. Oder uns einfach zuschauen, wie wir es gemacht haben. Viel Spaß damit! Fertig ist die geilste Pizza. Also, es ist jetzt nicht wie eine ganz normale Pizza, es ist ein anderes. Ich finde sie viel, viel besser. Und ich probiere jetzt auch mal direkt. Und ich muss euch sagen, diese Arepas, müsst ihr unbedingt probieren. Die schmecken frisch aus der Pfanne echt am geilsten. Die kann man auch einfach so essen. Also, wenn man jetzt nicht belegen will und so, macht man sich einfach die Finger und isst die. Mmmmm, so, 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 so geil. Müsst ihr unbedingt probieren. Das ist auch noch hier, also wir können jetzt Bracho vor. Was uns immer super wichtig ist, weil sowas, dass es super lecker schmeckt. Also, wir versuchen die besten Gewürze da rein zu kommen. Und, dass es uns am verträglichsten ist. Jeder muss natürlich selber wissen, was ist für ihn am verträglichsten, was braucht er, was ist für ihn gut. Und uns taugt dieses Maismehl ganz besonders. Und sie richtig schön zu belegen, so wie hier, mit einer richtig frischen Tomatensauce, die auch zu Nudeln, wie ich vorhin schon gesagt, oder zu allem anderen benutzt werden kann. Und so richtig schön angebraten wird mit Sachen. Ist echt ein Traum. Also, probiert es auf jeden Fall aus. Postet das bei Instagram oder so. Ja, checkt uns auf jeden Fall, wenn ihr es nachmacht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Was ich jetzt auch gerne von euch wissen möchte, gibt es für euch auch noch irgendein Pizzarezept, was alternativ ist zu der herkömmlichen Pizza, so wie man es aus dem Steinhofen kennt oder aus dem Osen. Gibt es irgendein Rezept, was ihr habt, was richtig speziell ist. Postet es auf jeden Fall unten rein. Und das wollen wir dann mal nachmachen oder auch ausprobieren. Genau. Und wenn ihr noch weitere Kochvideos oder andere Rezeptvideos noch sehen wollt, schreibt es uns auch in die Kommentare und gebt uns ein Like. Wir sehen uns ganz bald wieder. Also, das macht uns so viel Spaß. Ja, wir müssen es öfters machen. Ja. Gut, also, bis bald, tschüss. Ciao. Leute, wir sind jetzt ja gerade noch beim Videodreh und eigentlich ja fertig, aber ich muss euch unbedingt noch was zeigen, was geht. Was haltet ihr davon? Das müsst ihr unbedingt noch sehen. Katrin, hörst du jetzt bitte auf, Pizza zu essen? Das ist die vierte Pizza. Katrin. Katrin kann unglaublich viel essen. Sie gut. Sagt auf jeden Fall mal, was ihr davon haltet. Und wer liebt die Pizza über alles? Mama. Pizza! Ich habe schon ganz viel gegessen. Ich esse jetzt mit ihr. Ich esse mit ihr mit. Pizza, Pizza, wer freut sich über die Pizza? Pizza, 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 wer freut sich über die Pizza? Doch, doch. Du freust dich? Freust du dich über die Pizza? Wer freut sich noch? Pizza, Pizza, Pizza. Lecker, Pizza. Lecker, Pizza? Clara liebt halt die Guacamole über alles, ne? Ja, Clara hat auch am Anfang ihres Lebens als erstes, eigentlich ziemlich als erstes Avocados bekommen. Das sind immer noch so sehr der Sinn. Mit Avocados, ohne Avocados ging es nichts, oder? Ja. Also, große Mahlzeit. Und wie schmeckt die kalte Pizza? Die ist jetzt kalt und schmeckt immer noch sehr gut. Aber ich kann euch empfehlen, dass man sie auf jeden Fall direkt aus der Pfanne nimmt. Das kann sich auch gelaufen. Doch. Pilze liebst du auch, ne? Papa. Sind die Pilze lecker? Doch. Pilz. Pilzen. Hihihi. So, der lieb die Pilze. Yum, 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 yum. Bis zum nächsten Mal.